Hallo, herzlich willkommen auf unserer Schule GMS Waldburg Vogt. Ich bin die Darcy Mau. Ich bin Elias König. Und wir wollen euch heute unsere Schule vorstellen. Kommt mit! Das ist unser Wasserspender, da gibt es jeden Tag frisches Wasser. Kommt mit, wir zeigen euch jetzt die Schulsozialarbeit. Schau, dass hier die Schulsozialarbeit, wenn es zum Beispiel Probleme oder Streit gibt, könnt ihr jederzeit zu der Baukippen. Hier hinter uns ist die Schulküche, aber wir zeigen euch jetzt unser Klassenzimmer. Das ist unser Klassenzimmer und ja. Das ist mein Platz, aber meine Sachen sind dahinter, weil wir nie Hausaufgaben haben und wir die meisten Sachen mit dem Lehrer brauchen. Kommt mit, ich zeige euch jetzt unsere Kinder. Hier können wir in kleinen Gruppen arbeiten, mit der Lehrer, sie erklärt dann uns was. Und dann können wir auch mit so vier oder fünf Gruppen arbeiten. Hier können wir auch zu zweit oder sogar zu dritt arbeiten. Hier ist das Lehrerzimmer und das Weltkartier-Sekretariat. Kommt, wir zeigen euch jetzt das Schüler. Das ist unser Schülercafé. Hier können wir während der Pause uns ausruhen und wir können auch Snacks kaufen. Hier kann man auch essen gehen in unserer Mensa. Die ist drüber. Kommt mit. Das ist unsere Mensa. Hier können wir essen gehen. Und ja, es wird lecker gemacht. Wir hoffen, dass es euch gefallen kann. Und bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss.